Trus News? Trus News! Das sind die Spots auf 105 Spreeradio der 5050 News und Enjoy the Silence. Ich habe tatsächlich mein Megafon wiedergefunden. Juhu! Halleluja! Nach dem Motto Enjoy the Silence, genieße die Ruhe. Es ist 6.21 Uhr, meine Damen und Herren, ich bin Jochen Trus und ganz wichtig, Sie müssen heute die Sonne genießen, denn es gibt viel Sonne. Und warum das so wichtig ist, das hören wir jetzt von einer Diplom-Biologin, Heike Stahlhut vom Deutschen Grünen Kreuz. Schönen guten Morgen, Herr Trus, weil Sie mit der Sonneneinstrahlung auch die Vitamin-D-Vorräte des Körpers auffüllen können. Der Körper kann damit jetzt Vitamin-D noch produzieren und dieses Vitamin-D über Monate in den Muskeln speichern. Das ist ganz wichtig für den Knochenstoffwechsel und damit kann man bis zum Frühjahr die dunkle Jahreszeit überbrücken. Und heute ist der Tag der Tage. Es wird super sonnig, wir werden uns alle aufladen wie die Duracell-Häschen. Am besten in der Mittagspause, da ist die Sonne am intensivsten und am besten Minimum 30 Minuten. Okay, gut, also dann speichert man das in den Muskeln. Ist natürlich schlecht, wenn Max keine Muskeln hat. Ist egal, ist egal, Max, kann mal passieren. Und ansonsten ist das Wetter natürlich wieder Wahnsinn im Herbst. Ja, wie das morgens so eisekalt, dann sonnig tagsüber. Und hier haben wir noch was ganz Krasses gehört. Zu den Alpen hin ist aber noch etwas Regen, oberhalb von 10.000 Metern sogar Schnee drin. Nein. Oberhalb von 10.000 Metern ist sogar Schnee drin. Welch und da. Das wäre ein Schnee. Ist denn das zu fassen? Im 50-50-Me-Skills weiter mit Leslie Clio und dabei Cookincare Less. Bauer Zitrus News. Täglich bei Jochen Trus am Morgen und auf spreeradio.de. Bis zum nächsten Mal.